RIPLEY, Teller ist getrunken. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was ich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese... Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Unbefugter Sicherheitsverstoßungssystem sowie Truppenheit werden den Colonial-Marshals gemeldet. Unbefugter Sicherheitsverstoß. Untertitelung des ZDF, 2020 Abgeschlossen. Sie! Hey, Sie! Brauchen Sie Hilfe? Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Na los! Drücken Sie nicht so... Vergessen Sie die Tür. Die Marshalts haben alles abgerickelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Die lange Schachttippen. Ich bin der Schachttippen. Ich bin der Schachttippe. Die Schachttippe ist eine sparschale handful. Und die Schachttippe ist eine sparschale Shipwanderung. Ich bin der Schachttippe. Ich bin der Schachttippe. Die Besuchszeiten sind von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Vielen Dank. Die Besuchszeiten sind von 15 Uhr. Ich bin Kuhlmann. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe, medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir da hin? Wie? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier ausgeben. Moli oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Molis Büro ist am wahrscheinlichsten. Na los. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraumprobleme hatten. Sagen Sie mir einfach wohl... Tragische Fälle. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Dieser Ort war so viel versprechend, als ich er hier kam. Eine Tragödie. Eine Verschwendung meines Talents. Tragische Fälle, wirklich. So weit weg von Rhythmus der Erde. Von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da fängt der Geist anzuland an. Tragische Fälle, aber Moli hat zu viel Zeit mit Ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Wird es nicht, wenn man mich ignoriert, Moli. Verstanden. Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Sie stehen auf einem... Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Ganz genau. Die U-Komit-Reintlang. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Kulmen. Ende. Sie sind da. Das ist Molis Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkante. Moli trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. D-D-D-D-D-D. Man. Was ist das? Just so. D-D-D-D. Die Hände standen. Okay. 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 Molly. 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 All right. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.